Vielen Dank. Ich bin der Geri Seebacher und mit meiner Firma, der Global Relations Consulting GmbH, sind wir offizieller Merchandising Partner für die Special Olympics World Winter Games 2017. Wir werden wieder unseren Top-Seller ein Maskottchen aufleben lassen. Das offizielle Maskottchen wird euch schon bekannt sein, Lara und Louis. Weiter sind wir nicht nur Artikel zum Mitnehmen, sondern es gibt auch Fanartikel zum Anfeuern vor Ort, wie zum Beispiel die berühmten Tröten zum Lärmmachen oder eben Fahnen und vieles weitere. Vielen Dank.